Willkommen, halloin, zu dem gebrochenen und zerbrochenen Schwert, der Schatten, der Templer, auch, äh, der Tempelritter, auch Baphomets Fluch genannt, Baphomets Fluch genannt, äh, halloin, guten Tag, neue Woche, neues Baphomet, mit dem Fluch inklusive, geil, oder, wer will schon Fluch haben, aber, nun, wir haben uns den nun mal eingebrockt, äh, hier ist alles tutti, Da ist alles Toto, Totoro, hier ist noch ein Fussel auf dem Mic, Entschuldigung, falls das in den Ohr weh tat, nochmal Ohren zu, so, kann man das, ist das, die Webcam kann doch ein bisschen höher wahr, schnibbelt doch häufiger den Kopf ein bisschen ab, hat nichts gebracht, So ist das nämlich Jetzt schnibbelt's da ab Put your hands up in die, das ist doch gut So, halloin, Schroxy kann heute leider nicht hier sein, das macht aber nichts, denn du, hey Schroxy, hi, wirst es bestimmt im VOD oder auf YouTube oder wie auch immer anschauen, Deswegen, ähm, fangen wir an, es geht, beziehungsweise es geht weiter, diesmal sind wir nämlich in Marib, wir sind in Syrien und so sieht's in Syrien aus Wir steigen einfach sofort ein, wir haben hier noch gar nichts gemacht, äh, wir suchen, ach Gott, keine Ahnung, warum wir in Syrien sind, ähm, weil wir die Templer, oder das, was heutzutage die Templer sind, in einer Kanalisation unter Paris gesehen haben und die davon erzählt haben, dass in Marib irgendwas Tolles ist, deswegen Und jetzt gucken wir uns erstmal diese Katze an Ja, stand Sie ist aber auch Böse, oder er? Ah, vor dem habe ich auch irgendwie Angst Sieht alle böse aus Ach, die Dinger links Die, sowas habe ich in echt, glaube ich, noch nie gesehen, sondern immer nur in Filmen mit irgendwie dem großen bösen Chef hinterm Chefsessel Auf dem Chefsessel hinterm Chef-Schreibtisch Mit dem A gun Können auch ein Deutscher sein Nicht? Könnte doch wichtig sein Auch diesen Garbage nicht? Oder dieser? Tritt der eigentlich irgendwas hier? Ich dachte schon, der tritt irgendwie noch eine Katze, aber das ist einfach nur Sand, glaube ich, was er tritt Äh, hey, boy Hey da, young fella Spieke you the English? Spieke you the Anglese? Äh, parlez-vous Anglais? Yes, sie, and indeed oui And rather better than you by the sound of it My name is Miju Welcome to my grand emporium of quality merchandise Ja, also wirklich, George, das müssen wir nochmal üben Was, also Kein netter Typ Oh, Sir What a splendid plaything Eine richtig tolle Nase Are you serious? In deadly earnest People will come from far and wide to see my collection The Rockefellers and the Gettys can keep their hordes of so-called fine art But answer me this What good is a Picasso, I ask you, if you cannot bounce it off a wall? You may have a point Uh-huh Seriously, do you really think this thing's so great? Take it away, you tempter I'll swap it for something off your stand Ähm, due to seasonal financial considerations, I'm afraid I cannot I do, Sir This stand doesn't Which in translation meant, it's not really my stand And I'll be in big trouble if I swap anything for something that I want myself Alternatively, is there any service that you require? Not at the moment, but I'll bear it in mind Okay, he really stands on this ball, right? You really want this ball? You know A comedian No surprise there Have you seen this man before? No, Sir I'm glad to say Verdammt Old eyes Could that be Have you seen No Do you know the name Merlin? I'm afraid not, Old Beans Do you know the I'm a Look at this A lifting key as used by Parisian sewer workers Cool Hello, Calais, Sir I must remember this day for posterity My grandchildren will be fascinated Ich glaube, der verarscht ist gerade so richtig hart Look at this Hello What do you make of this? Well, beyond the obvious Very little That pattern seems very familiar though Club à la move What do you make of it? Well Das haben wir auch schon gehört Von einem Genau Wir haben nämlich den Typen Der Im Hotel Ubu war Einen Moment Einmal kurz noch ein Mic check Genau Und uns nicht seinen Namen verraten wollte Aber Oder Auf jeden Fall war der ein Typ Im Hotel Ubu Und der meinte schon Dass dieser Club à la Mûd Club à la Mûd Club à la Mûd Keine Ahnung Middle Eastern klingt Ja Also The Geheimnis of the Streichholzschachtel Werden wir vielleicht Hier in Marib lüften können Plaster This plaster was very useful in Ireland Really? Your fund of travelist tales Never ceases to enthrall me This plaster Here She can's Nijo Come on Come on I'd rather not, Sir Come on Not while you've got that Shake and shock buzzer Clumsily In your palm I'm just going to slice Oh You noticed Outlawed in three separate arms limitation conventions Those are Here I'd rather at least Okay Will sich nichts ändern Oh Outlawed Good What do you think of this? Excellent workmanship 12th or 13th century I wish I had things like that for sale What do you think? What do you make of this? A man-sized double-plied tissue Stained with Bestheimer's number 12 white pancake grease paint Apparently He knows his grease paint Shit What does the word Templar mean anything to you? Of course To give Even I heard it from the beginning of the game Of the whole game Templar Why Yes Of course It does? Yes A splendid series of books by Mr. Leslie Chatteris Featuring the roguish Mr. Simon Templar Great That's a real help, Nijo Anything else? The Saint television program featuring Mr. Roger Moore of the quizzical eyebrow And a stick man with a halo Bing So all Templar means to you is Roger Moore I only watched it for this stick man with the halo Bing He was better animated So I'm correct in saying that the word Templar doesn't mean much to you Well, there was the Order of Knights In an Inquisition in 1312, I suppose That's them What else do you know? Just how much information do you think there is on a trivial person? Oh, what? From the evil edition We had it on the stand a couple of years ago I don't know what the future is Go on I know all this stuff Uh, never mind This thing is so smart The Nijo Okay, forget about the Templars for a minute What do you know about knights? Like the Crusaders They came to the East On an insane and Insane in the brain Sacrificed thousands of lives Including their own For insensate pride How anyone can find them romantic Confounds me So, this is your stand? Oh, yes, sir Yeah The stand does not begin to do it justice The finest in this bustling metropolis This is a bustling metropolis? Well This is the finest? No How much of those books there on the shelf? Have you any Syrian pounds? I think I might have a couple of Irish punt Then they're too expensive for you, sir Punt? War das von den Euro? Die Währung in Irland? Punt? You speak very good English Thank you, sir I learned from tapes That my uncle procured Oh A language course No, sir Jeeves and Worcester Cassie Think Nottos Aunt Agatha Watho Deswegen kannte er wahrscheinlich auch Caloo-Calais So long, Nijo Toodle-Pip, sir Caloo-Calais Wo hab ich das denn mal gehört? Caloo-Calais Ich glaub bei Baldur's Gate Ich glaube irgendein Charakter in Baldur's Gate 1 Woopala It was the sort of bell you see in hotel receptions Kind of unexpected here Ding, ding, ding Oh Das kann ich Sogar nachvollziehen Oh komm, wir buzzern die jetzt weg Okay Wir buzzern den Buzzer Okay Oder Wir nehmen den Den Ball Mit der Katze Okay Wir gehen mal weiter Caloo-Calais Aber man kann sogar da hinten hin Oh Das hätte ich jetzt nicht gedacht Ähm, okay Naja, es leben auch andere Leute hier Nicht nur Touristen Okay He didn't have anything that I Und mit dir kann ich reden Und mit ihm nicht Hello I was wondering whether you could help me Why hi there handsome What can I do for you Hi My name's George I was just Well it certainly is delightful to meet you George I was My name's Mrs. Henderson But you can call me Pearl I'm sure Okay Pearl I was So nice to meet a friendly American face so far from home Pearl Yes there I was just wondering if you could help me Why sure precious Okay Okay Kann ich echt auch mit ihr reden Ich dachte Das wird nichts mehr Hier Grease paint What do you think of this grease paint stained tissue Ewww It's grease paint I thought somebody had gaudy taste in makeup Gaudy What do you make Oh What do you think of this chalice Now that's really pretty What do you Now I liked her too much to zap her with the buzzer You like her? Why I've got some plaster of Paris That's nice to you Does this matchbook mean anything to you? You're a philemonist Philemonist Don't they have secret handshakes? Oh George Now you're teasing Does this matchbook You're a Don't they have Oh Philemonist War das das auch was muh ist? Ein Streichholzbuch sammler? I know what this is Lord no It looks painful though It's a sewer key Who'd want to break into a sewer? Streichholzbuch Matchbook Äh ne Streichholzschachtel Do you know what this is? Lord no It's a sewer Who'd A matchbox Matchbook Is that a matchbook or a matchbox? Or both Let's continue Have you ever heard of anybody calling himself Merlin? Merlin? No Merlin Merlin There's an O in there Moolin? You haven't have you No darling No Moolin Moolin Have you ever Merlin? No Moolin Have you seen this man? No A friend of yours No not really Have you seen No Does this red nose mean anything to you? Reminds me of my late Uncle Ebner Oh Is he a clown? No He was a drunk Does this Remi Oh No Uncle Ebner Gosh Is this some sort of psychological test? No Oh Well in that case it's a red ball What does this mean? God No Oh Auf den Punkt Die Frau Pearl nicht schlecht Kennst du die Templer? Have you ever heard of a group of knights called the Templers? Sounds familiar I remember Dwayne had a book Is das Dwayne? Something and the holy something else I can't quite recall Ach was And Seemed like a lot of hooey to me Er hier Er hat vielleicht ist vielleicht der Templer expert Do you know anything about medieval weaving? I do a little needlework but gosh It's okay It was a long shot Have you talked to the boy on the bric-a-brac stand? Bric-a-brac? You've met him His name's Nijo you know Oh he's just so cute I could die I'd love to bundle him up and take him back to Ohio He might not thank you I'm looking for something ancient you know Something to impress the folks back home The poor boy was trying to do his best but Ah okay I still haven't found anything Ich dachte er wäre das ancient Was sie einfach gerne mit nach Hause genommen hätte So Tell me a little about yourself Pearl Ja bitte Pearl Oh a gentleman's interest is always so flattering Well My husband and I run a greetings card company In a cute little place called Akron in Ohio Akron? Cute? Little? Ohio? Is your husband around Pearl? Well as a matter of fact Yes he is Okay bye Pearl It's been a pleasure George Don't be a stranger Of course man Hi I was wondering whether you could help me Why sure son Always got time for a fellow American The name's Henderson Dwayne Henderson Hey Dwayne Hellboy I'm not in the office Call me Dwayne Oh Okay Dwayne My name's George Stobart Stobart George Stobart George Stobart What do you think of this You've been hanging around with actors Mine is ever not disgusting What do you What do you make of this cha That looks old Is it for sale? Sorry What do you That look Sorry Shake hands Dwayne Come on Come on I'm just being friendly By keeping our hands to ourselves Yeah Yeah Go Okay Look I've got some Yeah And I've got a picture of me shaking hands with George book Ah, mit ihm wolltest du Hände schütteln? Aber nicht mit mir. Ich dachte, er ist so schlau und vielleicht... Wisst ihr das oder was? Was macht das? Ein Mannhohl-Liftung-Key. So? Hey, wie kann man das nicht erinnern? Hey, wie kann man das nicht erinnern? Ja, aber... Wir müssen einfach... ...drucken die Subjekte, shall we? Ja. Ja. Hey, Mark Dwayne. Do you know the name Myrna? Ja, das ist ein Ordner. Nein. Recogniert das? A clown's red nose. Experte. Have you seen this? Maybe. Where'd you get it? Maybe? I just picked it up somewhere. Sure. I'm always picking up photos of complete strangers and then asking around. Ow, dammit! There. I've got another picture of a complete stranger. Maybe I'll ask around about this one. Dwayne ist uns mehr als inbültig. Do you know the name... Nope. Do you recognize... Not. Do you recognize... Not. Recognize this? A clown's red nose. Recogn... What do you think of this? It's a ball. Big deal. What do you think? It's a... Okay. Dwayne. Pearl is cute, right? Oh, yeah. Absolutely. You're a long way from home, Dwayne. Could say the same about you, George. Me? Well, I'm just sightseeing, that's all. Without a camera. Kind of lacks to come all this way. Not take pictures. Mind if I take a picture of you, George? What? Why? You could have warned me. You don't mind, do you, George? The folks back home will be real interested. Okay, Dwayne is also creepy. I feel like Dwayne is here and follows us, is here to follow us. What exactly do you do, Dwayne? Yeah, Dwayne. What did I say? Oh, I run a greeting card company. Yep. We're based in Cleveland, Ohio. Cleveland? Aha. Pearl said you're in Akron. What was that? Uh, nothing. Just thinking out loud. Verstehe, verstehe. Das ist nämlich genau das gleiche, was ich auch dachte. Wenn er jetzt sich noch verplappert, dann ist das sehr verdächtig. Do you think bulls have any significance around here? Weird question, George. Nope, I don't think they have. I saw a medieval picture of a woman. Royalty or nobility, something like that. She was looking in a mirror, but the reflection was of a mech... ...with three faces. What do you think of that? I think you should be in therapy. Hmm. Do you mind if I ask you an odd question? Okay. I don't know if it's good, but I might not answer. Do you know anything about the Templars? The Knights Templar? Yep. Nope. Nothing at all. Well, you knew they were an order of Knights. What I know and what I say are two different things, boy. I haven't lasted as long as I have in this business without knowing that. In this business? Sure. The greetings card business. Oh, please. Have you talked to Nijo? What is Pearl-Stil? Is Pearl then really Pearl or is Pearl also not Pearl? Is it perhaps Jewel? Ha! Does the image of a knight holding a crystal ball mean anything to you? Hell no. Of course not. What would a knight want with a hunk of glass? I don't know. That's the prob... What's wrong, boy? It's not a crystal ball. It all came together in my head. What the conspirators had mentioned losing. The strange perspective of the manuscript. It's a lens. Uh-huh. Okay. Okay. Well, I'll see you around, Dwayne. Count on it, George. This heist? Hello again, Pearl. Why, hello, George. It's such a pleasure to see you again. Of course, Pearl. You said that your company is based in Akron. And Dwayne said it's in Cleveland, no doubt. Well, yes he did. Dwayne was in the Marines. In Vietnam, you know. Anyway, he got a medical discharge. Thing is, he gets confused. We moved away from Cleveland five years ago. Oh, I'm sorry. I didn't mean... He also gets a little paranoid. Thinks he's a spy or something. I'm so sorry, Pearl. Don't wear yourself, George. We live with it. Die Frage ist, was jetzt stimmt. Der macht mich ein bisschen paranoid, der Dwayne. Don't be a stranger. Aber Pearl passt irgendwie nicht, wenn Dwayne... Außer sie ist der Profi eigentlich. Die Profi. Hey, Dwayne. Duane. Okay, geht's weiter. Catch you later. Fruit ist super. Ach, echt? Guten Appetit. Nimm dir. The stand was selling some fruit I didn't recognize. This is what travel is all about. Roam the world and discover strange fruit. Bisschen verstehe ich ihn. I wasn't hungry and didn't want to buy fruit. So I didn't start a conversation. Das ist aber nicht sehr adventure-y. Maracuja. Maracuja. Haben wir in einem Urlaub zum Beispiel viel erlebt. Schon sauer, aber oh. Es gibt so einen Maracuja-Drink in Portugal. Wir waren auf Sao Miguel. Super lecker. Super lecker. Maracuja als Drink. Also nicht als Alkohol, sondern einfach nur als... Soltine Fanta, nur halt Maracuja. Richtig gut. The stallholders' face wasn't a great ad for running a kebab stand. The stallholders' face... Meaning? The stall... Ich will... ...das kebab angucken, nicht in sein face. I could see flies love kebabs. Eww. The stand had kebabs dangling from the canopy. As a marketing device, it lacked something. In the still air, the smell hung around like bad smells do. It was a kebab stand and an ugly one at that. Jetzt macht doch diesen kebab stand nicht so... Kaputt, man. The stall... Okay, hi. Hi. What's your name, sir? Hello, hello, you buy kebab. Most good. Nee. What do you make of this? Buy kebab. Most good. What do you think? Buy kebab? Come to thee? Does this mean any... No. No, you buy kebab. I'd value your opinion on this. La. You buy kebab. None? What do you make of this, sir? You buy kebab. You buy kebab. Yum. Most good. I'd value your opinion. La. You... What do you... You buy kebab. I'd va... La. What do you mean... You buy kebab. I'd... La. Well... Most... Ich bin nicht ganz sicher, how racist das jetzt war, aber... Ich persönlich kann damit leben. Also, natürlich kann ich das einfach sagen, weil ich einfach ein White Dude bin, aber, ähm, weil... Ich hätte es nicht gemacht, aber... Okay. Dann machen wir da durch. Ich bin nicht ganz sicher, wie Pearl sagen würde. Ich mach mal ein bisschen Licht hier an. Hammer. Ähm... Die Mitte sieht irgendwie familiar aus. Der Matchbook brachte ein pattern of swirling color in the words Club Alamut. Da...fragen wir gleich mal. Der Karpitzeller hatte eine impressive collection of wares. If I had the time and the money, I might have bought a couple of rugs. Dazu. Der Stahl... I had nothing to buy a Karpitz with and didn't want to lug one around anyway. Also... Alamut... Teppich. The Karpitzeller looked craftier than the offspring of a fox and an insurance agent. Hi. Hello, sir. Lovely Karpitz. Does this mean anything to you? Yes, yes, Karpitz, yes? What do you think of it? What do you think of it? Lovely Karpitz. Does this mean anything? Yes, yes. I know right now. What do you think of it? Lovely... Dum-dum-dum-dum-dum. Is this matchbook... Ah! Give to me! Give to me! Alamut! Oh, of course. I remember thinking... Is this a trap? The Karpitzeller had an impressive collection of... Unfortunately, I'd neither the time... Alamut! It's a trap. 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 Ooh. Cozy. Many beneficent greetings. My most fortunate possible friend. Huh? Do I know you, mister? No! No! And again I say... No! Do you not see our mutual good fortune in this meeting? How frank do you want me to be? You are a traveler, yes. Boy, you must be the world's greatest detective. No! I am told that is Sherlock Holmes of the big forehead and slipper full of shag. I, as contrast, am world's greatest luxury taxi driver. I can see where this is going. I am Ultar. Taxi driver and luxury guide pair excellent, yes. This I had to hear. Where does your heart desire to go? Simply mention the name to your obedient servant and we shall fly there, swift as the eagle. Oh. Well, I don't really want to leave Marib yet, but I'm sure that if I do, you'll be the first to know. He's good. You know where you want to go, you come to Ultar. Thanks. See you around, Ultar. Be having a pleasant day, full of shining experiences and happiness, my friend. Matey, the door is locked. Sure so. Uh, I'm sorry. Did you say something? You say you not to go in toilet. Read sign, Matey. Matey? It lose something in translation. By staring hard at the notice and squinting, I discovered I couldn't understand a word of it. My Arabic, Russian, and Japanese have a lot in common. I can't read a word of any of them. The notice didn't mean anything to me. I knew the door was locked. I'd need the key to get in there. Okay. The spittoon was nearly full. What did they sell here? Drinks or expectorants? Even if I'd wanted to spit, my mouth was too dry. Ugh. Ugh. The outside of the ornate spittoon was beautiful. The inside wasn't. I hadn't felt the need to spit since I was 12. Yeah. Tito. Wahrscheinlich sogar früher. I was surprised to see alcohol on open sale in Syria. Then I realized this wasn't really open sale. And then I realized they weren't even alcoholic drinks anyway. I had neither the time nor the money to- The club manager's bon ami seemed forced. Looking at the place, I could understand that. This is definitely not what they meant when they said the joint was jumping. Oh. Skit. Nice club you've got here. I was wondering if you could help me. What? I mean, I beg your pardon? I'm sorry, but I don't understand. No surprise there, alrighty. He says sorry, but he not speak English. Uh, but he didn't say anything. He not have tongue. No tongue? What happened? It was bet. And he lost. He won. You should see other chappy. Oh, yes. Ow. Hello again, friend. There wasn't much point in trying to launch an in-depth conversation. When I couldn't speak Arabic, and he couldn't speak, period. Hmm. Come on. Come on. Okay. Hello again, Ultar. Great. Hello. Munificent foreigner. And possible future client. Yeah, possible. Well, you never know. Would you mind talking to me? Is most agreeable. Well, this is how Ultar learned such splendid English. Yes? Yes. Ah, okay. Der weiß ein paar Sachen. What does this grease paint... Nothing? Why? What does grease paint stain tissue mean to you? I've shown you this, haven't I? Yes. Have you ever seen anything like this? No. Have you ever... No. I've shown... Yes. Shake my hand, Ultar. Ha, ha. Ha, ha. Remind me of a thing that happened a month ago. Maybe six. Man come up to Ultar, say, shake hands, Ultar. But man have electric buzzing in his hand. Ha, ha. How we laughed. Then I broke his arms. That's it? I didn't think electrocuting the big Syrian was a good idea. What do you think of this plaster? Not much there. Not enough to make tasteful garden gnome, for example. Tasteful garden gnome. How about a really small garden gnome? Ultar not think so. How about a really s... Ultar. This is a key for lifting manhole covers. You carry some strange stuff with you, mister. Yeah, I'm going to show you this. Yes. Have a look at this. Shiny. No po- None. Have you seen this man before? Oh, most certainly. Was here only yesterday. Here? Yesterday? My god, he's close. Yes. He was asking a lot of questions. Just like you. What did he ask about? He asked about American called Stobbe. Stobart? Yes. Stobart. You know him? The killer knew my name. What else did he ask about? He asked about German man called Klubner. I tried to remember the name of the man the conspiracy had lost in Syria. Was his name Klubner? Sure. That is what Ultar said. Klubner. I told this man in the picture. Klubner wanted to go up to Bull's Head. Hold on. He wanted to go where? Bull's Head. Big hill. Ten mile out of town. Maybe sixty. When was that? Or maybe a week ago. Mm-hmm. You're sure this was the man? Yes. Indubitably. Indubitably. This is a red ball with a hole in it. No. It's a clown's nose. Does clown know you have his nose? Unfortunately, it seems so. Why unfortunate? This clown kills people. Ah. Alternative comedy. Look at this. Is. No. Does. Unf. What? This. Ah. You're sure? Yes. What do you think of this? Is most splendid mister. Okay. Dude and a tongue. This is certainly hard to find. Oh yes. It is most exclusive. The membership can be no more than. Hmm. Kind sir. What would you guess the population of the village to be? Gee. I don't know. A couple of thousand? Then I would estimate the membership to be no more than a couple of thousand. What do you make of that boy in the market, Nejo? Nejo? Ha. Ayub's boy. He's too big for sandals. I speak splendid English and he laugh. He say, Ultar you big ox. You split infinitive. I say, I split your head if you stay still long enough. Ha 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 ha. Ho ho. Pretty funny, yes? Hilarious. You should be on cable. The Templars. Do you know anything about the Templars? Of course. Yes? What can you tell me? Great she-bop band of the sixties. Uh, no. That's not really- Who put the bop in the bop-bop-bop-bop-bop? Yeah. Eternal questions. Einstein? What do you know about the kebab seller? A most miserable man. Ultar say, cheery up matey mate. It might never happen. And he say, shut up Ultar. Fancy that. Not at all. Arto has face like the drizzle that falls on the mid-week afternoon. Whatever that is. Uh... Have you met the American couple? Have Ultar met them? Have Ultar met them? Yes. Ultar have met them. And? They- You have met them. Ultar offered to show them wonders of countryside. They say, is there anything ancient? Ultar say, yes, of course. Nature is ancient. They say, no, anything ancient made by men. And Ultar say, have you seen taxi? Fan belt older than Ozymandias. Ha 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 ha. Aha... Let's see. Uhm... Was is das? Could you tell me what that sign means? Yeah, please. It says, door stay shut until brush come back. Signed, the management. Brush. What does that mean? Manager buy lovely new toilet brush. Leaves it by wash basin for 10 minutes. Come back? It been stolen. Stolen. Not even out of wrapper. He damn cross. Lock up toilet and say, nobody use it. Ich kann nicht verstehen. Soll er auch sauber bleiben. Und das, was du machst? Nein. Ultra, benutze Bucket. Oh, ist vielleicht doch nicht nur Spucke drin? Was kannst du mir erzählen, über diese Bulls-Head-Hill? Es ist die größte, schöne Sicht. Wichtig zu besitzen. Ja, bei Indidity. Wie komme ich da hin? Nein. So, let me guess. You need fine luxury guide to take you there in air-conditioned taxi. Woe is me. Where can I find such a guide? And Ultra is most luxurious guide for most literally some way, in any direction. Gee willikers, lucky old me. Are you desirous of my pleasant and luxuriant service? Ist mir das alles? No, I think I'll be hanging around the village for a while yet. As you desire, oh mister. Rest assured, however, that Ultar is ready to transport you to Bulls-Head as quick as a lickety split. Yes. Gehen wir hin. Gehen wir hin. Gehen wir hin. See you around. Are you most... Einen Brush oder so habe ich jetzt nicht, um da durchzukommen. Ich weiß auch nicht, warum ich da rein sollte, aber... Naja, wenn ich nicht reingehen kann, ist es bestimmt ein Rätsel, wie ich reinkomme. Würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Aus Adventure-Sicht. Gut, dann lassen wir es mal hier raus. See? 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 Er hat jetzt auch keinen anderen Job mehr. Thank you, thank you, thank you. Ja, ja, ich komme später wieder. Jetzt gucken wir nochmal in dem Village, könnte man ja auch nochmal so nach hinten da lang. Wir gucken nochmal kurz hier, Licht- und Schatten-Effekte. Hm. Lass uns doch einmal noch kurz nochmal hier und vielleicht ein bisschen die Breitnis hoch. Ja, doch. Doch. Und vielleicht sogar noch ein bisschen den Greenscreen hoch. Ja, 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 ja. Weiter geht's. Äh, lass mal da lang. Denke ich auch. Man braucht wahrscheinlich Ultra-Aare. Ach. Okay. Da habe ich mehr erwartet. Gut. Also, Toiletbrush. Hm. Katze. Kind. Kebab. Spione. Sonst sehe ich noch keine Verbindungen, aber einfach mal alle Leute immer alles fragen, ne? Was weiß man über diesen beiden? Mhm. Sie sind amerikanische. Ist das alles? The chap's a little odd. As for the lady. It's a funny thing. But I get the impression she's a lot cleverer than she's letting on. Ja, ja, ja. Glaube ich nämlich auch. Hm. Äh, wer ist das? I met an interesting guy earlier. A cab driver. Ah, that would have to be Ultra. Correct. A barbaric sort of chap. Oh, he's not that bad. You know how he speaks in Pigeon English? That's how he speaks in Arabic, too. And kebab, too. The guy selling the kebabs. Oh, that's Arto. Arto. Invisible blighter, to be sure, sir. He doesn't seem very happy. He never is. Day in, day out. A face like a wet Wednesday. Whatever one of those is. Does he speak any English? Not cogently. No. Cogently? Is that your father lurking in the back of the stand? He is, indeed. A roaring fellow. I oops his name. You don't sound like you respect him very much. Don't I? Say, not only do I respect him, I rather like him. For all his bluster, we get on very well. That's not a very friendly cat you got there, Nijo. No, sir. It is a very unfriendly cat. Why do you keep it? Oh, it's not mine. It just rests where it pleases. And today, it pleases to rest there. As Kipling would say, It is a cat that walks by itself. Piercely independent. And it smells. Yeah. Ta-ta for now, sir. Ta-ta. Nee, ich weiß jetzt nicht, warum. Hello again, Pearl. Why, hello, George. It's... Genau. Have you met the Taxi-Man-Ultar? Havens, yes. What a big man. Very muscular. But you didn't go for a ride. Why, George, you're absolutely the most. Oh, you mean a taxi ride? No. No, Dwayne wasn't interested, so it didn't happen. Have you ever heard of a hill called the Bull's Head? No. No, I haven't. Is it nearby? I'm not sure. Sounds awful romantic. The Bull's Head Hill. Oh, I wrote Head Hill. Don't be a stranger. Of course not. Geh mal da lang? Weil bei dem Spiel kann ja alles passieren. Cool. Cool, cool, cool. Reden wir nochmal mit Dwayne. Oder schreien einfach über den Platz und laufen zu ihm. Ich hoffe, wir fahren gleich zum Bull's Head Hill. Wissen nicht, was wir hier noch machen sollen. Hi there, George. How can I help you, young fella? Have you met Ultar? Almost luxurious air-conditioned taxi ride, mister. Genau. Yeah, the cabbie. Try to pull a bunco on us. Take us on a wild goose chase off into nowhere. Ah, es ist eine wild goose chase. Und ich dachte, meine wild goose chase. Huh. Have you ever heard of a hill called the Bull's Head? I can't say as I have. Where's that? I don't know. I'm trying to find out. Bull's Head, huh? I must remember that. Sounds scenic. Ja, ja, ja. Okay, well, count on it. Ich habe ein bisschen Angst vor den beiden. Wir reden nochmal mit hier dem Typen. Mr. Kebab. Hello again, sir. Hello. Ja, nee. Well, most good. Und dann fahren wir zum Bull's Head Hill. Und denken an eine Klobürste. Dankeschön. Ciao, fah. äh Bulls head hey äh Fargo äh Ulta genau Praise be to Allah I am blessed with your bountiful presence once more That's me Listen Are you desirous of seeing this Well Yes I am A terrific bargain Only 50 of your Yankee bucks 50 huh Well I still don't have any cash on me American or otherwise Oh Unfortunate Most extreme The delights of the Bulls head healed And must wait I fear Shitballs May good fortune Das heißt wir brauchen Geld Okay Das heißt wir könnten Sachen verkaufen Okay Ähm I hadn't felt a need Hello again There wasn't much point in When I couldn't I had neither the time Hmm 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 Also geht Wir können einfach nochmal wieder mit dem Jungen reden Vielleicht haben wir ja jetzt was freigeschaltet Was sollten wir ihm verkaufen wollen Also was sollte er von uns Was soll der von uns haben wollen Das meine ich Ein Teppich Nee Okay Okay Will ich sonst mit dir reden It's me again Murruba Hallo Sir Hallo Okay bye Ach der isst seine eigene Frut Auch nicht so die beste Taktik Never Eat your own product Hier glaube ich versteckt sich ein Rätsel Hi Nijo Hello again Okay so jetzt nicht Save Wir saven hier rüber Und zwar mit dem Wort Money Hmm Sie möchte doch bestimmt mit dem da spielen Das heißt wir werfen einen Ball darauf Schade Wir nehmen das Ding und werfen das dagegen Wir werfen auf die Katze einen Ball Oder so eine wilde Nase Oder er wollte ja den Ball Stimmt Ja dann bitteschön Hi Nijo Hello again You really want You know Okay So long ni Toodlepip Katze Der Junge Der Junge Wird uns wahrscheinlich den Ball Abkaufen Wenn der Papa nicht mehr da wäre Das heißt Glaube ich Wir müssen Dass die Katze den Papa frisst Dann geht sie da hin Ich bimmel hier Aber mehr passiert noch nicht Als ich nicht gesehen habe Als ich nicht gesehen habe So 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 Oder die Nase Oder doch Das Ding daneben I wasn't sure Whether I wanted I didn't I I wasn't sure Whether That statuette Was the nearest thing To an antiquity I had seen But it still looked like A cheap plaster copy To me That statuette Plaster Nee Wenn ich die streichel Geht die da hinten Auf das Regal Wenn den aufmachen Macht er kurz die Tür auf Aber mehr passiert nicht Wir können auch nicht handeln Während er draußen ist Ich versuche mal alles Jetzt mit der Katze Hm Ja wieso sollte das jetzt Aber Wer nicht wagt Der nicht gewinnt Wenn man sich da was abstellen Damit sie nicht dorthin springt Sondern woanders Oder so Und dann schnell die Katze Streicheln Aber das geht ja leider nicht Ich gehe nur in der anderen Reihenfolge Oh my God Hi Nijo Hello again sir What do you make of the Hmm What do you think, etск? Here. Hydrog, at least. Oh, outlet. This pla- Really? Look at this. Hello. Have you see- No, sir. Have you see- No, sir. You really? You. See you around, y'all. Ta-ta. Ich muss die Katze, glaube ich, irgendwie hier hinbekommen. Ich kann da direkt nichts... Also wenn ich hier was abstelle, dann kann die Katze sich dort nicht hinsetzen. Aber nee. Ich glaube, ich komme auch nicht zurück nach... Naja, also irgendwie ja nicht, weil ich komme nicht zurück nach Paris oder so. Das heißt, ich muss mit den Items, die ich habe, auskommen. Oder hier dann was hinlegen, damit sie nicht wieder dahin geht. Ach nee, Moment, hier, Katze. Kann ich jetzt hier was hinstellen? Nee. Muss sie einfach so lange nerven, bis sie keinen Bock mehr hat. I wasn't sure what... I wasn't sure... I hadn't come... Ich würde gerne dieses Rätsel hinbekommen, ohne in eine Lösung zu gucken. Aber... Was Kebab? Wow, hell... Nothing. Close up. I could see... Und wie das Kebab darf mit Austauschen und Stehlen. Da kann ich auch nicht reden. Ich glaube, ich muss den Ball verkaufen an den Jungen. Will er aber nicht, weil es nicht sein Stand ist, so richtig, meinte er ja irgendwie durch die Blume. Das heißt, wir müssen vielleicht, vielleicht, vielleicht tut er das ja, wenn sein Vater nicht mehr da ist. Ich erinnere aber auch ein Schlafzimmer, Blick drauf. Diese olle Katze. Nennt sie keine Nächste für. Das ist schon eine Olle. Und jetzt renne ich hier hin und verscheuche sie. Nee, auch das nicht. Das im Klingeln bringt ja auch nichts. Irgendein Hint, ein anderer Hint. Er tickt dann einfach nur seinen Sohn an, was ich auch komisch finde. Oder wir müssen einfach betteln. Und dann nimmt uns der Taxifahrer mit. Natürlich auch eine Art, das Riese zu lösen. Er hat Manni, aber das kann ich wohl nicht stehlen. Klobürste hätten wir noch. Aber wir haben ja auch keine Klobürste. Ich wusste, die Tür war lockt. Ich wusste, die Tür war lockt. Die Soundqualität geht es ja gar nicht gut gerade. Oh, 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 tut wie in den Ohren. Ist auch... Hab ich irgendwas nicht ganz erwischt beim Klicken? Ich brauche... Hier, als Bezahlung. Ein Artefakt. Das ist ein Artefakt. Oh, oh. Did de la... Have I shown... Yes. Look at this. Is no... That unfrei. This... Ah. You sure? Yes. No po... Na. Have I shown... Yes. How about a... Oque. I didn't. Have you ever? No. I've shown. Yes. See you around, perry. Ich wusste, die Tür war lockt. Ich glaube, wir reden gleich nochmal mit Dwayne. Er hat, glaube ich, auch nicht mehr Significance, der Dude. Es war gut, ein bisschen Schade aus der Schuhe zu haben. Ich hatte nichts mit einem Karpet kaufen. Vielleicht hat er Klobüsten? Es ist mir wieder. Ja, mehr Huber. Ha, arg! Jetzt stehen die woanders. Hi there, Dwayne. Hi there, George. Nee. It's okay. He didn't have anything. Vielleicht eine Klobürste? How did this guy make a li... The stand was Hawking Ancient Machine Park. I couldn't imagine where they... The stand was... The guy running the stand seemed pretty happy. Hello again, Pearl. Wow, hello. Nothing. Hmm. Hmm. Das ganze Kebab können wir auch nicht anvisieren. Oh, was ein Union Jack da um sich herum hat, verstehe ich auch nicht. Okay. Wir gehen doch einfach mal vor die Tür. Wahrscheinlich tun wir das nicht. Mal klicken schadet ja nicht. I figured going out into the... Yeah. Mareed looked pretty defendable with a high wall... Hmm. Hmm. Das ist er hier. Ich frage mich, ob das etwas ganz Obvious ist. Das Statue war das größte Sache zu einer Antiquität, die ich gesehen habe. Ich war nicht sicher, ob ich... Was ist da? Das Wasser gibt es ja auch. Soll ich mit dem Splatoon Spuckewasser eine eigene Skulptur machen? Und im Kelch? Hallo in Bamsebine! Howdy! Ich stehe wieder hier voll auf dem Schlauch. So selbstverständlich sind die Rätsel hier nicht. Weil es noch nicht durch ist. Ich bin auch schon fast an dem Moment, dass ich wieder in die Komplettlösung gucke. Um zu schauen, was der nächste Schritt ist, weil ich sonst nichts verstehe. Aber... Und das ist jetzt so die... Letzte Idee, die ich habe. Ja, ne, okay. Finde ich auch ganz gut, dass er jetzt nicht mit dem Spuckewasser... rumarbeitet. Okay, Bamsebine, dann schauen wir mal in die Komplettlösung. Mist! Ich habe übrigens, glaube ich, deinem Mann letztens gesagt, dass wir uns ja am Sonntag sehen. Und ich dachte, wir sehen uns schon gestern. Haben wir ja gar nicht. War ja auch gar nicht geplant. Es ist erst diese Woche Sonntag. Ähm... Also... Falls das zu viel Verwirrung geführt hat... Sorry! Äh... Ich spiele es entweder durch. Oder vier Streams, wenn es eins ist, was man nicht durchspielen kann. Aber es dürfen sich auch nur Spiele wünschen, die maximal zwölf Stunden nach How Long To Beat gehen. Weil zwölf Stunden bei drei Stunden Streams sind ja mittlerweile auch nur noch zweieinhalb und nicht mehr drei. Äh... Dass es dann ungefähr vier Streams sind. So... Broken Sword Walkthrough... Ja, ja, verstehe ich sonst nicht. Ähm... Surya. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich mich auch! Es steht hier, als wäre es so einfach, aber das habe ich doch mehr oder weniger schon gemacht! Wo ist jetzt hier Masib? Syria. So. Matchbook to the carpet seller. Oben im Club. Toilet. Main Street. Look at and talk to Arto. Ja. Talk to Nejo. About Arto habe ich. Offer Nejo the red ball and select yes when he asks if you mean it. Okay. Reden wir einfach nochmal mit Nejo. Nicht canceln. Donnen. Was zockst du so gerade, Bam Sabine? Außer Sims 4. Oder irgendwas. Oder gar nicht mehr so viel. Hast du überhaupt noch Zeit zu zocken? Mit zwei Kindern. Die dir die Haare vom Kopf fressen. Ich glaube, das ist vielleicht des Spiels größte Schwäche, dass es so lange von A nach B braucht. Weil ich auch nochals hatte. Okay, wir reden nochmal mit dem Typen. Hallo. Da. 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 Okay. Nicht so hilfreich? Neju soll einfach den fucking Ball haben bekommen wollen, bitteschön Hat er das nicht auch gerade schon gemacht, ihm den Ball gegeben? Soll ich mit dem Ball auf irgendwas klicken? Die Sachen? Also, mit dem Ball hier rauf? Mit dem Ball auf die Katze haben wir auch schon 50 mal gemacht Okay, ich glaube der Walkthrough war ein bisschen nicht so Nehmen wir mal einen anderen Nehmen wir mal T Hayes Ja, 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 genau Ach was Right click on den, weil er benutzt die Toiletbrush für seine Kebabs? It was a kebab stand And an ugly one at that Suddenly I realized the horrific truth The guy was basting the kebabs With a toilet brush It may never have seen the inside of a toilet bowl But it was still hardly appetizing Suddenly The guy It may never have Okay There is nothing new It was a kebab Can we do the In the still air With the brush itself can we do nothing? Okay Okay Now I can give him the ball Hi Nijo Hi Nijo Hello Look, this is going to sound a bit strange But I need Arto's brush What? The brush he bastes the kebabs with? Gnody Let me find some dirty postcards for you instead Nijo, this is serious Arto stole that brush he's using from a friend And I want to get it back Perhaps I could help you, old chap Maybe Perhaps Maybe what? Perhaps Perhaps what? I do not wish to see mercenaries, sir But I am a merchant And merchant's trade Merchant? This isn't Sears and Roebuck here Well, if you're going to be disagreeable No, no, you're right What would you like? I seem to recall that you have something that might alleviate my boredom The ball The ball of delight A Rubicon spheroid of heavenly pleasure You mean the ball, don't you? A tiny spherule of form that barely spans my hand yet promises hours of amusement If you mean the ball, why don't you just say so? Can I have the ball back, mister? Back? Yes, of course Alright, here you go People say bad things about Americans But you're okay in my book What bad things? Never mind that now Remember the brush? Remember the brush? Right, yes, the brush All you have to do with Arto is be polite It lightens his day Makes it all worthwhile for him again How can I be polite to the guy when I can't speak a word of Syrian? Arabic That's what I meant Simply memorize this phrase Il aq il kalb Il aq il kalb Close enough Now go over to Arto and deliver those honeyed words What do you think about this delicate ear? He won't be able to do enough for you Really? Really What exactly does Il aq il kalb mean? A polite but subtly complimentary greeting He won't be able to do enough for you See you around me Tata! 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 And the bubble bubble coming there Il aq il kalb Hello Ehm Il aq il kalb Filthy Bad Bad I'll kill you Woah Calm down I just Feet Do your thing What? Aber seine Bürste ist jetzt nicht mehr da, oder? Nee, Jo, was war das? Das ist das, Herr. Patience? Patience? Ich bin schade von ein homicidal kebab-seller, und Sie sagen, ich bin patient? Aber Sie sagen, Sie, dass, während Sie die Arto von den Arto nicht benutzt, die Arto nicht benutzt. Hold on. Sie sagen, ich bin benutzt als eine Taktik für die Diversionäre? Ihr Brust, Herr. Ich kann nicht sagen, dass du mich auf der Kebab-Seller-Sellers-Liste für ein Toilettbrush Die Enden verhindern die Mühle, Sir Ja, aber ich habe notiert, dass es nicht deinem Bein war, der auf der Linie war Sie auch servieren, die nur stehen und warten, Sir Oh, spare mich Oh, es ist okay Ah, vorbei hier Lass uns mal über die Brush reden Hey du, Dwayne Was hältst du von meiner neuen Toilettbrush? Passt doch super zu deinen Socken Meinst du nicht? Wieso nicht? Okay Okay Das ist mal ein schlechter Spion ey Ich werde jetzt gleich mal gucken, was Il Achru Kalb heißt Why hello 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 Look what that Kebab-Seller was basting the meat with Oh my god That's a brush for, you know, the commode I'm afraid so Thank heavens I didn't eat anything there Oh, that's just too horrible Look what that Kebab-Seller Oh I'm afraid Thank Yep, 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 und hier You know what Il Achru Kalb means? My, sounds romantic Yeah Yeah, I don't think it is though I've gotta go Okay Bye bye Pearl Also Also jetzt mit der Klobüste da weg Und ich google mal eben Äh Il Achru Kalb Meaning Meaning Was ist denn das? Wir brauchen die Bürste? Nee Il Achru Kalb Übersetzung, natürlich Ein Hühner ist aus Hundefleisch? Was? Oh Gott, ich glaube, ich bewege mich hier auf ganz komischen Seiten langsam Ich will doch einfach nur wissen, was das jetzt hieß Okay, fuck it Let's continue Hm Deine Mutter ist so fett? Oder sowas? Hello again, Ultar Praise be it Genau, genau Blablabla Look, I've got the toilet brush back Hmm You man of action, alrighty Don't just wave at me Give to manager What does Il Achru Kalb mean? Who teach you that? Najo told me to say it to Arto And Arto come after you with big knife, yes? Yeah, how did you know? I know Arto You tell him in bad Arabic that his kebabs made from dog meat I said he was using dog food? Okay No wonder he went crazy No Ultar not mean meat for dog Ultar mean meat of dog Oh Oh Ooh Yeah Bye for now Meg Okay, dude Hello again There wasn't much When I couldn't speak Well, I did But doubted the wisdom of using them Yeah, very soon Hello again, friend There wasn't much po When I couldn't Well, I did know But doubted Here's your brush, sir It wasn't easy getting it back The manager took the brush from me He gave me the toilet keys as my reward And stopped off Endlich wieder Kaka What was all that about? The manager, he said Bah, look at the state of this Need much cleaning and detergent before go around my U-Bend Is that all that? Body language account for much, you know? Oh, yes indeedy Skyrim Etwa Oben den 11.11. rum Weil dann die Anniversary Edition erscheint Und Ja Ich dachte Hey Ist immer ein guter Zeitpunkt Vielleicht schauen da ein paar Leute zu Da bis dahin hab ich dann auch schon meine Mods wahrscheinlich installiert und so Oder kurz danach Also Wahrscheinlich ab dem 11.11. Weil ich dann die Anniversary Edition Update habe Und dann ein bisschen warte Und schau ob die Mods die ich haben möchte installiert werden können Und das dann mache Also so Irgendwann um November Wird dann Skyrim gespielt Richtig, das dauert noch So, Toilet Key Cool Weiß jetzt nicht genau was daran so toll ist Aber gehen wir mal auf Toilette Ich meine was Ähm Auf Toilette gehen ist toll Aber ich weiß nicht was so toll an dieser Toilette ist Äh Ist Mods dann nicht geschummelt? Ne Mods hat mit Schummeln, also kann mit Schummeln zu tun haben Muss aber nicht Mods ist eher so eine Art Erweiterung So wie bei Sims Ähm Was man sich da kaufen kann Ähm Nur halt von Fans gemacht Das sind Mods Das war ein Roller-Towel-Dispenser Das war ein Roller-Towel-Dispenser Das war ein Roller-Towel-Dispenser Ich hab das Die Design des Toilets war ein bisschen anders als ich, aber ein Toilett-Chain ist eine Toilett-Chain all over the world. Ich nehme jetzt noch mal Wasser in meinen Cup. Äh, also glaube ich jedenfalls, habe ich vor. Mann, trifft doch. Okay, geht also nicht. Es war die kurze Länge der Toilett, die ich aus dem Toilett aus dem Club Alamut nahm. Es war eine Rollertide. Verstehe ich, ne? Chain. Der Manager ist weg. Das heißt, wir können jetzt einen Alkohol stehlen. Wieso Mann? Ich war überrascht, dass ich... Dann bin ich real. Und dann... Wieso Mann? Okay, ähm, nimmst du uns jetzt mit? Friesbe... Wieso? Was ist das Toilett-Chain? Was ist das Toilett-Chain? Was ist das Toilett-Chain? You got brush-back, so you could steel Chain? Was ist das Toilett-Chain? Du wieso ein strange-cook-inharder Krót. Nicht zur Preis. Look, ich habe die Keys der Toilette. Was ist das Toilett-Chain? Was ist das Go-Lit-Chain? Ich lebe auf GQ? Was ist das Good optimized? Look, ist... Was ist das Ding? ...About b... ... und... ...w... ...Arch... ...Fifty. ...WELL, I stil... OOOP! ...Die Delà. ... natürlich auch... Immer noch Geld. Ähm... Wir könnten mit der Strain jemanden erwürgen und dann sein Geld stehlen? Ich glaube, das meint das Spiel nicht. Äh... It's me again. Murruba. Murruba. Does this mean anything? Yes, yes, kar... Mich wirklich. What do you think? Lovely karpe. Mhm, mhm, super karpe. Assalamu alaikum. Hmm... Wir reden mal kurz mit hier dem... Ähm... Ähm... Toilet-Kebab-Guy. Der es wahrscheinlich frisst, wenn wir ihn sehen. Wenn er uns sieht. Hello again. Filthy... Bad! Okay, okay, I'm going. Filthy bad, sagt der, der mit... ...Klobürste-Kebab-Schnitzelt. Hi there, Dwayne. Ich habe jetzt eine... ...Kette. Hi there, Dwayne. What does this... It means that somewhere somebody can't flush the toilet. Ja, richtig. I've got the... Executive washroom? Not... I've got... Ex... Not... What does... ...have me? What does... ...have... Was ist denn... Warum... Was will ich denn auf der Toilette überhaupt? Ich wusste nur, dass sie halt abgeschlossen ist. Aber warum ich da rein will... ...hut mir, glaube ich, nie gesagt. Hello again. Why hello? Oder hatte der... ...Kahn sich da länger drin aufgehalten? Nah. I've got the... With my digestion, you better keep them head. But ah, I'm terrible. So frech. I've got to go. Let's play in a... Okay. So much fun with the ball. Hi, Nijo. Hello again, sir. And how may I help you this time? What is this toy? Are you building a bathroom in Easy... Hey. Do you recognize... No. They're to a toy. Thank you for sharing that with me. See you around me. Pot off. Okay, vielleicht kann ich die... Katze mit der Kette anlocken. Vielleicht kann ich... ...die Kette da hinlegen und dafür... Das sehen halt nach den Sachen aus, die man noch bewegen kann. Deswegen komme ich da mal wieder auf zurück. Oder hier, so mit den Schlüsseln spielen. Hey, kitty, kitty, kitty. Okay. Okay, okay. Ah. The fall hadn't done the statuette much good. Aber vielleicht gibt es jetzt niemand, dass wir sie mitnehmen. Safe. Statuette. Vielleicht... Ich meine... Hi, Nijo. Hey. Hello again, sir. Ich weiß, das ist deine, aber... Vielleicht bist du ja trotzdem größer. Kann ich die Statuette haben? Es ist broken, nachdem. Natürlich. Und wenn mein Vater mit diesem Feline verbringt, kannst du auch einen Davy-Crockett-Hat haben. Dankeschön. Kann ich... Sicher... Was hat mit deinem Ball passiert, Nijo? Ich regrette, zu sagen, dass es von meinem... Oh, Nijo, ich bin sorry. Nicht zu worry, sir. Ich habe mir nichts damit zu tun. Er wird vergessen, warum er die Ball hat und es auf die Stände verbringt. So funktioniert das. Ich werde es zurückkommen. Ich bin sorry, dass die Statuette auch verbringt. Again, nicht zufrieden, sir. Es hat auf dem Schiff für lange Zeit. Als Merchandise. Es hat keine Läge. Jetzt hat es keine Arme. Sehr droll, sir. Solange man toodelt. Gut. Vielleicht nimmt der Typ das als Bezahlung an? Ist das jetzt die Antwort? Ich finde ja schon. Wobei, lass uns eben noch mit hier Dwayne und Pearl reden. Vielleicht haben die ja auch was mit der Statuette zu tun. Ist sie doch, stimmt. Etwa 50 Dollars? Vielleicht kann ich die an Sie verkaufen und dann... Dann kann ich mit dem Taxi endlich hier losfahren. Verdammt nochmal. Nicht wahr? Ah, okay. Ich muss sie erstmal noch kaputt machen. Ich habe die Kette. Hier und ein bisschen einschmieren. Ja, ne? Das sind die auch. Das Plaster scheint, um die Grease-Paint aufzunehmen, bis es beginnt, als Sten zu sehen. Die Grease-Paint hat magisch gearbeitet. Jetzt sieht es wie älteres Marble, statt eines leckeres Plaster. Oh, yeah. Hier wird... Ne. Hey, Perl. Wir haben eine Statuette für dich. Hallo wieder, Perl. Blah, 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 blah. Warum, hallo, Joe. Ich weiß. Ich weiß, was ich jetzt gesagt. Okay. Dwayne and Pearl are always weird. Ah! Dwayne! Hi there, Dwayne. Hey. Hi there, Jor. What do you think of this? Good gravy. Looks old. Yeah, I had to turn this town upside down. Boy, your luck's better than ours. Looks Roman. I wouldn't know. What'll they say back home? How much do you want, George? Oh, I couldn't. It's the find of a lifetime. I mean... Fifty bucks. Take it or leave it. I'll take it. Here you go. And here you go. Thank you. You're good. Thanks for the money, Dwayne. This will come in real handy. I ought to be thanking you for finding this Roman Statuette. Okay. Count on it. So, then we're going to go with Pearl over money. Hello again. Why, hello, Jor. Here's the money, Dwayne gave me for the Statuette. Only fifty dollars. Oh, I hope you don't feel cheated. Uh, no, no. I just hope you're happy with it. I've got to go now. Let's play now. Hey, Nesha. I have money. I'm going to put the Fuffis through the club and scream, Bobo. Bobo. Hey, Bobo. Hey, Bobo. Hello again. Hey, I got congratulations, sir. Tell me, how did you do it? Uh, well, basically, I sold them something that they thought was an antique. And it wasn't? Remember that plaster statuette that the cat broke? Oh, sir. I didn't rip them off for my own gain. There's more to all this than I can explain right now. And might I also remind you that you risked my neck for a red ball? Ah, well, uh, yes. In that case, congratulations again, sir. Thank you. Nesha is... A bit funny is Nesha. No. They're to attack. Thank you. See you around. Patata. Patata. So. Dann lass uns endlich zum Rubble-Dubble-Dub-Hill. Oder wie der hieß. Rubble-Dubble-Dub-Dub. Wie Rick sagt. Wow, 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 wow. Hello again, Ultar. Fresh beer. No. On here. Look, Ultar. Fifty dollars, US. A splendid sum. Exactly sufficient for an exciting air-conditioned trip to the bull's head. What say you, oh adventurer? Let's-a go. Oh. Okay, it's a deal. Here's the cash. Ah! Most splendid. As you say, the cash price moolah is correct. Mister, we make with haste. Where exactly is your taxi? Because the only vehicle I can see around here is an aging army surplus truck. Yes. Ah. Okay. I'll be along in a minute. It didn't seem right to take off with the toilet keys, so I left them on the bar. Hello again, Ultar. He's most- But I'm a clue how I've got my adventures. Hmm. And let's go. That's your taxi? Oh, yes. Most assuredly. Most entirely splendid taxi in all Marib. It looks like an old army truck to me. Bah! You Americans with your cheeky-board caps and your Judd Hershes. You have lost sight of what a taxi should truly be. About four tons by the look of it. There. You have hit the nail in the nutshell. Okay. Let's go. Regrettably not, most esteemed fair, there is a minor problem. The fan belt has taken it upon itself to break. So, what are you gonna do? What can I do? I must wait for a ride- Captain Niketa. How long is that gonna take? One day. Maybe six. I can't wait that long. We gotta get moving. But how, my friend? I'll think of something. What does this toilet chain mean to you? You got brush bags so you could steal chain? What is the... You got... This is the belt. Bye for now, old. May good. Junge. Uh... Can I use the truck? No, I can't. I do not... I've figured going out in.. Hello again, Ultar. He's must... What is this... You got? Okay... Was fehlt denn noch? Ist ihm gut? Hello again! What is this toy? Why are you building? So long, Toodlepiss! Hi there! Ist ihm gut? Dwayne? Mann, 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 Mann! Hi there! It's okay! Du hast vielleicht nen Gurt? Hello again! Perl? Why hell? What do you think of me? I've got to go! Hey, Derwitzka! Nimm doch einfach... Ich hab doch... Ich hab doch sogar... Dann gehen wir halt nochmal aufs Klo. Jetzt können wir nur mit ihm reden oder... Achso, ja, der war wahrscheinlich... Der hing da irgendwie falsch. Okay. Ja, der wieder... Vielleicht auch ein bisschen der Hint, dass wir hier... noch nicht alles haben. Jetzt können wir Chains zusammen mit dem benutzen. Für extra Super Seat Belt. Nimm's doch einfach mit! George! Anstatt zu blöd zu gucken. Ich sehe zwei Möglichkeiten schon für ein Seat Belt. Und du machst nichts daraus. Nichts machst du daraus. Ja, schön. Der nimmt auch immer nur den ein, ne? Kein Stöpselchen. Dann... Jetzt wieder raus. Kacke machen selber muss er nicht. I had a drunk any... Was. Waaahhh. Den als Plug benutzen... Das als Plug benutzen. Das einschmieren. angucken. Einschmieren. Gottverdammt! Ich gucke noch mal hier rein. Ich wusste, dass die Tür auf die Tür war. Das heißt, mit den scharfen Kies mache ich mir jetzt doch so das Towel-Ding da ab. Ach, das ist gar nicht offen. Da war Glas vor. Ach. Der Dispenser hat er öffnet. Es sah nicht viel Punkt. Selbst geschlossen wäre es sicherlich leer. Okay. Muss es nass sein, damit... ...für extra Stärke? Es war eine Länge von scharfen grünen Toweling aus dem Toiletten des Clubes. Ich gucke mal kurz, ob wir es denn das machen können. Vorsicht selber. Oh, ja. Ich dachte, er hätte es auch einfach rausziehen können. Deswegen habe ich mich gefragt, was ist denn da los? Gut, machen wir nass. Was? Oder nicht? Vielleicht auch nicht. Aber irgendwas machen wir. Okay, machen wir nicht nass. Wirklich. Ich muss auch so ein bisschen... Ich glaube, es ist noch gar nicht so weit an dem Punkt, dass es fast durch ist, aber ich bin an dem Punkt, dass ich es einfach nur durch haben möchte. Was kein gutes Zeichen für ein Spiel ist. Hallo wieder. Und wieso nicht die Kette? Ah. Weil ich dachte, er meint ein Seatbelt. Die Stocking might work on a Bentley, but on a truck, the coarse toweling did the job nicely. Come along, my friend! You want to see the bull's head? Yes! Yes, please! Yes, please! Rum, rum! Road trip! Road, road, road trip! Sehr close am Abgrund, oder? Oder sehe ich das falsch? Echt? Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, das sehe ich falsch. Ja, okay. Okay, okay. Okay, okay. Zor. Ich würde sagen, wir gucken noch ein bisschen, obwohl ich auch schon langsam Hunger habe. Und Cutie Cat auch gerade wieder da ist. Und wir morgen früh aufstehen müssen. Um 7 Uhr klingelt mein Wecker. Ei, 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 ei. Zing. War ein bisschen früher Schluss heute. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ohne, dass wir genervt werden. Äh, da. Ah. The stick I'd broken off was surprisingly hard and inflexible. Mhm. Cool. Centuries of hot days and cold nights had opened a crack in the cliff edge. Deep into the living rock. Aha. Mal runter. Aber vielleicht... Speil, bevor wir runterfallen und sterben. Äh... Drop. Stopp. Ja. Äh. Hm. Hm. Ja, irgendwie sowas dachte ich mir. Mit einem Flurisch, ich tiefe den Ende der Toele mit dem Stick mit einem Textbuch-Riefknot. Ich war jetzt in Possession der patented Stobart-Stick-Towel. Ich hab da was. Ich hab da was. Ich konnte sehen, dass der Krack einen guten Ankerpunkt machen würde. Na? Guter Krack. Immer schön in die Krack rein. Genau so. Ah, aber... Da fehlt doch noch was, oder? Centuries of hot days and cold... Deep into the... Muss man das denn noch irgendwie... fester machen? Wohl nicht. Dann geht's runter. Das sah wirklich sicher. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte nicht erwartet, wenn ich nach Syrien kam. Nicht? Okay, das so tief war der Drop jetzt auch wieder nicht. springen. Springen. Klar, vielleicht ein bisschen blöd, aber so langsam runter robben. Okay. Springen jetzt runter, oder was? Ich hab das... Das sind zwei. Das ist, was ich... Mal sehen, dass du schon mal auf der Fläche kam. Ich hab das mal... Ich hab das Gefühl. Ich hab das... Das ist, was ich nicht... Ich hab das... 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 Das heißt, dass wir auch vielleicht was runterdroppen können, was dann wieder hochspringt. Aha. Das ist ein Loch. Nicht wahr? Ich habe nicht die Idee, dass meine Hand in da war. Aber da gab es etwas in da. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Ich habe eine Stärkung von der Ring und schreit. Woe da! Woe da! Ein Geheimnis. All I needed now was Vincent Price to loom up out of the dark for my day to be complete. The work that had gone into this place was impressive. I had to hand it to the Templars. When they built a secret cave, they built a quality secret cave. Without explosives or a pickaxe, there wasn't a whole bundle I could do to the brickwork. Around the corner I found the corpse. Oh my god. Klausner? Large is life and twice is dead. I had hardly had time... Klausner, the old German. When I heard the door mechanism start up again. Oh, Snowzens! Oh man, no! The door had slammed shut, trapping me. I had a bad feeling about how Klausner had died. I had a bad feeling about these. The work that had gone, I had to hand it to... A stone head, bearing three bearded faces. It was a strange image, but a powerful one. The two things... The ancient mystery... The ancient mystery. The ancient mystery. Well, it was an ugly one, though. I couldn't think of anything to do with this statue. I couldn't think of anything to do with this statue. Apart from scaring small children with it. Okay. Ich denke auch. Still? Kannst du hörst du die nochmal auf? Okay, okay, okay. Okay, okay. Da gibt's noch ein alter, alter. Up on the wall was an inscription partially eroded by the ages. Sorry. Something, something in Occidenta Sita Est in Ora Mundi. The Latin was clear enough. But what did it mean? The mouth's opening. It must be Ultar. My god. If he comes in, we'll both be trapped. Ultar! Don't come in! It's a trap! Stay where you are! Is that not Ultar? You! Hello Mr. Stobart. We meet in a most unusual place. Please, do not make any sudden moves. I have no desire to maim you. Did you say maim? I did. Dead men tell no tales that you say. And I want to hear everything that you have to tell me. And what if I don't want to talk? Then I shall, most regrettably, have to kill you. Rest assured, however, that I am an excellent shot. You would not suffer. Oh, that's good. Believe me, I'm really assured. It is rather dark in here. I think we should conduct our business outside. Why should I make myself an easier target? If I fired you, Mr. Stobart, I shall hit you even in here. But, unfortunately, my marksmanship will suffer. It could be the difference between hitting you and the leg or the groin. Boy, it sure is hot in here. No sudden moves, Mr. Stobart. Vielleicht im Blenden mit der Linse? Ist bisher meine Idee? Ah ja, oder springen unten auf den LKW? Ich glaub, das machen wir wohl. Where shall we start? How about being bosom buddies and you putting that gun away? Klausner, do you know where he is? Klausner? Who the hell is Klausner? I followed his trail here, as I believe did you. I never heard of this Klausner guy before. I just asked around about strangers and got lucky. Luck is a commodity that you are sorely pressed for now, Mr. Stobart. I have been watching you since you arrived in Marib. Yeah. I never noticed you. Mr. Biden. You don't know what I know. Please bear this in mind when answering my next questions. Now, where is Klausner? I'm telling you, I never heard of the man and I don't know where he is. Now, if you're gonna kill me, just get it over with, because I've got a full itinerary. Very well. Und ich bin derweiler. Achimus, spring doch einfach runter da links. Du Idget. So was nicht geplant. Ich kann sehen. Wir haben nur gesehen, dass wir da runterspringen könnten. Vielleicht ist es sehr wichtig. Ich hab das. Ich habe das. Ich bin, aber es war ein Mech. So, ich bin. Ich bin. Und. Andererseits, wenn wir ihm sagen, Klausen ist da drinnen, dann geht er vielleicht auch rein, wir können ihn einschließen. Oh, mein Larges, I'd hardly... Oh, the door is... I had a... A s... It was a s... Sure was another... I couldn't think... Without get I cut apart and cl... But it was... Okay. Hey. I'd found a very... That's the night. I'd searched no portable. You'd think... So, und jetzt saven wir mal eben wegen... KON! Alte Star Trek Reference. Up on the wall... Something... The Latin was... But what? The mouth it means... You! Hello... Please... Did you... I did... Anna... And what... Then I... Re... Oh, that's... It is... Why... If I... But... It... Oh... Boy... North... My penis... Will man halt nicht, ne? Kann ich schon verstehen... Now then... How about... Klaus... Klausner... I thought I'm... I... Luck... I... You have... Please... No... Okay... He's dead... Just around the corner of the cave... Do you wanna look? I shall trust you on that... How did he die? Starvation or dehydration by the look of it... He was caught in this trap you were shouting about... Yes... I suspected as much... The Templars were not ones to give away their secrets lightly... Was he carrying anything of importance? Natürlich ne... Hallihalloin... Cutie Cat miau miau... Ich hab gehört... Irgendwas in der Küche... Bist du vielleicht... Hast du sogar schon... Sag nicht, du bist schon mit Essen machen fertig... No... Nothing... So... Why is this location important? What did the Templars hide here... If not an artifact? Ist im... Ach ja, stimmt... Ich erinnere mich, was du machst... Lecker... Aufluft... Äh, wie läuft's hier? Ruhig... Still... Lahmes Spiel... Ich will's einfach nur noch durchhaben... Ja... So läuft's hier... Äh... Wahrscheinlich... Lügen wir weiter? Well... There is something I guess... But you can't move it... Yes... What is it? It's a treasure map... You know... X marks the spot... Come now... Do you expect me to believe that? Yeah... Okay... You caught me... But round the corner... There is something in Latin up on the wall... Latin... Do you remember it, Mr. Stobart? In Accidenta Sita Est... In Oramundi... Ah... The words of Caesar... Yes... That makes sense... Well... I know that roughly... It means... To the west... To the edge of the world... But what the heck is that about? No... It tells me where the sword of the foment lies... Hmm... Mr. Stobart... I am sure that you are just what you appear to be... A gifted amateur... Thanks, I think... Amateur... But I can no longer tolerate your interference... There is far more at stake than you realize... So what are you... Spring, Georgie Boy, spring! That we must end this here and now... Your only choice now is whether you die like a man... Or like a dog... Ähm... Ne, abbrechen... Zum einen... Ne... Es geht ja auch nicht mehr so lange... Und ich wollte es schon immer mal durchspielen... Und... Du kennst mich ja... Ich spiele die Dinger dann lieber durch... Und... Shroxy hat es sich gewünscht... Und deswegen wird es auch durchgespielt... Hey... Schau jetzt... Don't kill me... I've got money... Maybe we can cut a deal... You disappoint me... Ich will da einfach nur noch runter auf diesen scheiß Truck springen... Junge... Ist doch nicht so schwer... Die Lens haben wir, ne? Ja... Sie kann heute nicht, aber sie hat es auch geschrieben... Sie... Anlässlich ihres Geburtstags sind sie heute essen... In... Aber sie wird es sich demnächst dann angucken... Ja... Michael... Oh... Yeah... Hello... Please... Did you... I... And I... Then I... Res... It is... What if I... But... It could be... All the... Poor... No... No... So... Well... Yeah... It's... Come... Yeah... But... Latin... In... Ah... Well... What... It... Mr... Ag... Thank... Very... So... I... You... You're the boss... I'll take my medicine... You're an honorable man... Mr. Stobart... A rare breed... I should like to shake your hand... Yeah... Well... What the heck... It was a long way down... Below... I could see Ultar's truck... Mm-hmm... Shake his hand... Grab the gun... Oh... Ah... Ein Mr. Kennedy... I couldn't take the ins... And I... All... Wer ist Mr. Kennedy? In... That would have... The... My... Meinst du... Rechts den Typen oder unseren Georgie hier? Meinst du Kahn? Hell... Ah... Mr. Kennedy... Salazar... Richtig... Verstehe... Verstehe... Salazar von Resident Evil 4... Hello... Mr. Kennedy... Ich hab den lang nicht mehr angehört... Ich glaube er klang noch ein bisschen anders... Er war ja auch ein... Kind... Auf jeden Fall ein sehr kleiner Mann... Na how... Kla... Oh... I... 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 You have... Pray, please... Now... Ok... He... Was... Uh-uh... So... Uh-uh... Uh-uh... It's... Come... Yeah... But... Let him in... Ahh... What... It... Ich stream nicht mehr lange. Äh, das ist jetzt hier gleich der Schluss und ich will auch mit dir essen und ich hab Hunger. Wir müssen ja morgen früh aufstehen. Anyway, you did just fine on your own. Äh, das ist ja. Yes. Do you want this photo? No. Are you shoe? Positive. This is the two. Yes. Look, Nico. Yeah. Hey, Nico. Notch. Did I show you the two? Yes. Did I show you? Yes. Have you any idea what this lens might be used for? As a magnifying glass, obviously. Obviously. Have you any idea of what this lens might be used for? Let's take another look. So. Chalice, lens. Reicht das nicht? Haben wir nicht alles jetzt? Warte mal. The night scroll bears a phrase in latin. Through my teachings, you will be enlightened. And that's not a crystal ball. It's the lens I found in Marib. Endlich, weiß ich. Die ballern wir gleich in die Kirche. Ich erinnere mich. There's a woman looking at her, but the reflection. That's the face of the statue I saw at the bull's head. Genau. That's the... That's the tri... That's the gem that pig... There's a woman, but the reflection. That's the clue that led me to the bull's head in Syria. Stimmt. That's the clue that led me to Spain. Ach. Naja, stimmt. Doch. Auch irgendwie. Stimmt, stimmt, stimmt. The night scroll through my... And that's... Okay. Bis gleich. I'll be back as soon as I can. Okay. Okay. So. Und noch hier raus. Und kurz nach Montfasson. Dazu. Montfasson. Hey you. Ach, lass uns jetzt nicht wieder reden. Und ihr unsere blöde Lens zeigen. Oh, das sind Peoples. Oh, das sind Peoples. A priest stood by the pews, energetically polishing something. Lens in Montfasson. So. Das war's dann. Guten Abend, gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder um 17.00 bis 19.30 Uhr auf Englisch. Tom, und heil so nun wieder. Genau. Ja. Vielleicht bin ich ein bisschen später da. Je nachdem, wie unser Termin morgen läuft. Und glaube aber, das sollte eigentlich für alles funktionieren. In diesem Sinne. Tschüss. Servus. Und goodbye.